so freunde das da wird mein gaming stuhl den hole ich morgen ab der wird auch bezahlt das ist jetzt keine werbung oder so sehr breite sitzfläche sehr lange sitzfläche sehr weich mehrere optionen sowohl die lehne nach hinten ist verstellbar als auch höhen verstellbar ultra soft sowohl im rücken als auch im sitzbereich sehr groß wir sind hier bei der waren ausgabe das ist das paket game rocker g10 large das sind so die ausmaße 72 59 54 47 57 138 und reisig